Hallo zusammen und willkommen zurück zum ADA-Podcast, eine neue Folge von Shift Happens. Heute wieder mit Miriam und Lea. Heute haben wir einiges aus dem Ausland für euch. Es geht um KI, es geht auch um einen großen Hack, von dem ihr vielleicht noch nie was gehört habt, aber über den ihr Bescheid wissen solltet. Denn er hat beinahe das halbe Internet zerbrochen. Oder auch das ganze Internet beinahe zerbrochen. Tatsache. Wie das Internet fast zerbrach. Das ist ein Thema heute. Aber los geht's mit einem ganz anderen und dafür nehmen wir euch mit in die USA. Los geht's. Wir fahren ja häufiger in die USA, weil das ein Land ist, das man immer mal besuchen muss, um bei neuen Technologietrends auf dem Laufenden zu bleiben. Aber auf dem Laufenden zu bleiben ist diesmal etwas anders gemeint, als wir es sonst meinen. Denn wir meinen es wörtlich. Auf dem Laufenden bleibt man, wenn man ganz viel rumläuft, um beispielsweise eine Stadt zu erkunden. Und das haben wir getan, weil wir waren in New Orleans für eine Konferenz und haben uns gedacht, da muss man sich ja auch diese Stadt mal angucken. Denn New Orleans ist eine berühmte Stadt. Es ist eine Stadt, die als Wiege des Jazz zu großen Ehren gekommen ist und wo man heute noch einfach abends durch die Straßen des French Quarter laufen kann. Und aus allen Ecken und Enden Jazz-Töne, bisschen andere Musik auch, aber vor allem... Jazz mit Doppel-Z. Jazz mit Doppel-Z. Ich glaube, so spricht man diese Musikrichtung aus. Jazz. Und den Plus. Der kommt auch daher. Ja, Jazz und Plus haben wir viel gehört in New Orleans. Komm, wir machen weiter. Wir schaffen das. Shift happens. Shift happens. Und laughter also happens. Miriam, müsst ihr wissen, ist jetzt... Hört ich ganz stark am Lachen. Aber das macht nichts. Wir versuchen das trotzdem weiterzumachen mit Blick in die Tonkabine. Ich finde den hessischen Plus noch besser als den Jazz. Ja, also wir haben ganz viel schöne Musik gehört und das ist etwas, wo für New Orleans seit vielen, vielen Jahrzehnten bekannt ist. Die Stadt hat aber eine andere Seite und diese Seite ist, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt sagen soll, auch interessant oder bemerkenswert und verdient Aufmerksamkeit, weil sie eine Stadt ist, die sehr stark vom kreolischen Einfluss geprägt ist. Also von einer Mixtur aus afrikanischen, amerikanischen, südamerikanischen, karibischen Einflüssen ist auch eine durchaus arme Stadt, die 2004 extrem hart getroffen worden ist durch den Hurricane Katrina. Und dort sind damals 3000 Menschen ums Leben gekommen, auch übrigens, weil die US-Regierung der Stadt über eine lange Zeit nahezu nicht geholfen hat. Ein komplettes Administrationsversagen auch der Regierungsbehörden auf der nationalen Ebene. Und das sieht man unter anderem heute noch daran, dass die Bevölkerungszahl von New Orleans auf gut 300.000 zurückgegangen ist. Im Nachgang zu dem Hurricane sind dann ganz viele, vor allen Dingen arme Menschen, einfach nach Texas in Trailerparks verfrachtet worden und sind nie zurückgekehrt. Weil man hat die da hingebracht und hat sie einfach da gelassen. Und auch ansonsten gibt es eine Menge an Vernachlässigungen, unter der die Stadt leiden musste. Und das ist so schade, wenn man da durchläuft. Ich komme zurück zum Anfang, weil man das eben alles sehen kann. Und vielleicht für den Kontext, Miriam, du bist ja dort schon einige Male durchgelaufen, durch diese schöne, aber auch historische Stadt. Du warst ja schon vorher einmal in New Orleans, ich tatsächlich noch nicht. Ich habe zwar sechs Jahre lang in Amerika gelebt und habe das Land schon viel bereist, aber war in dieser wirklich bemerkenswerten Stadt noch nicht. Du warst aber kurz nach Katrina ja auch schon einmal dort und konntest das, was du gerade sehr eindrücklich beschrieben hast, auch schon damals beobachten. Ja, das war ehrlich gesagt eine richtig schreckliche Erfahrung. Ich war da im Rahmen eines Fellowships drei Jahre nach Katrina. Und das muss man dazu auch sagen, drei Jahre nach Katrina, wo man eigentlich annehmen würde, dass schon viele Probleme gelöst worden sind, weil wirklich ganze Viertel sind weggeschwemmt worden. Nicht nur durch den Hurricane, sondern weil auch der See, der an New Orleans angrenzt, über die Ufer getreten ist und die Dämme nicht gehalten haben und die Stadt wirklich einfach weggeflutet ist. Und das hat natürlich besonders die Viertel betroffen, die vor allem von Schwarzen bewohnt sind und die eben niedriger liegen und damit billigere Wohnfläche zur Verfügung stellen, weil diese Überschwemmungsgefahr immer gegeben war. Und dann ist sie eingetreten mit Katrina. Und ich bin damals durch ein oder zwei Viertel insbesondere sehr intensiv gegangen, beispielsweise die Lower Ninth Ward, ein wirklich schwarzes Viertel, ein armes Viertel. Und das war ganz schrecklich, weil die Häuser standen und außen an den Wänden hatten die Hilfsagents Kreuze gemacht, rote oder weiße Kreuze, um zu signalisieren, wie viele Leute in dem Haus eigentlich gestorben sind. Und das war alles voller Kreuze. Und man konnte dann aber in den trockenen Überbleibseln der Häuser Kinderspielzeuge, Teddybären, alte Familienfotoalben, die durchs Wasser ganz gewellt und ganz kaputt waren, aber mit den Fotos drin. Das konnte man da alles noch sehen. Das alles lag drei Jahre nach dem Hurricane noch in diesem Viertel in den Häusern. Und das sagt sehr viel darüber, was damals nicht getan worden ist, wie nicht geholfen worden ist und dass New Orleans wirklich eine vergessene Stadt war damals, was wirklich gemessen an der Lebensenergie, der kulturellen Kraft, die diese Stadt hat, unverständlich ist. Also man kann sagen, zum einen war der Hurricane Katrina ein riesiger Shift. Der hat diese Stadt auf wirklich schreckliche Art und Weise betroffen und dann verändert. Die Tatsache, dass die Regierung ins Nichtstun verfallen ist und absolut vernachlässigt hat, was dort passiert war, war ein Shift, der hätte passieren sollen und ist es nicht. Und du hast dann eben wenige Jahre darauf schon einiges erleben können, beobachten können. Du sagtest gerade, du bist da durchgelaufen. Du hast dich treiben lassen von den historischen Ereignissen und hast dir diese Stadt angucken wollen. Denn jetzt sind wir 20 Jahre später wieder in dieser Stadt gewesen und wollten uns sie auch erobern, auch durchs Laufen. Wir sind wahnsinnig viel gegangen und haben uns die verschiedenen besonderen Viertel angeschaut. Und wir haben mal ein kleines Experiment gestartet. Denn wir hatten eine sehr besondere Tourguide-Person beinahe mit uns. Aber es war eigentlich keine Person, kein Mensch zumindest. Es war nur eine Stimme. Eine klitzekleine Person versteckt in unserem Smartphone. Wir haben uns von ChatGPT und zwar durch die Stimme von ChatGPT, durch eine der vielen Stimmen. Wir haben kürzlich ja über das große Debakel, den Skandal um Scarlett Johanssons imitierte Stimme bei ChatGPT auch hier unterhalten. Aber in diesem Fall wollen wir euch einmal ein ganz besonderes Anwendungsbeispiel von diesen KI-Tools zeigen, euch davon erzählen, wie das für uns war. Wie haben wir das gemacht? Naja, wir sind durch die Stadt gelaufen, durch die unterschiedlichen Viertel, wie du beschrieben hast. Und während man früher dann einen Reiseführer in der Tasche hatte und immer an irgendeiner Ecke stehen geblieben ist und dann mal wieder nachgelesen hat, was jetzt hier zu sehen ist und immer mit den Lesebrillen und den Fernbrillen und den Reiseführern am Jonglieren war und das alles irgendwie sehr mühsam war, sind wir offenen Auges und gemäßigten Schrittes durch die Stadt gelaufen und haben immer dann, wenn uns etwas interessiert hat, unseren Reiseführer ChatGPT gefragt über Akustik, also über unsere Stimme, einfach reingesprochen, was denn hier gerade interessant ist. Wir wollten das Ganze ja noch ein bisschen persönlicher machen und haben deshalb diesem Tourguide einen Namen gegeben. Unsere Tourguide für New Orleans war Ingeborg und wir haben Ingeborg immer wieder nach konkreten Situationen gefragt. Zum Beispiel waren wir im French Quarter, eine ganz bekannte Nachbarschaft, eine Hode, wie die Amerikaner gerne sagen, ein Kiez für die aus Berlin unter euch. Eine Nachbarschaft, die für die Musik bekannt ist und vor allem auch für die Straßen, die nachts und abends wirklich besonders sind. Und wir haben einfach mal gefragt, hey Ingeborg, wir spazieren hier gerade durch das French Quarter in New Orleans. Was kannst du uns über die Geschichte dieser großartigen Stadt eigentlich erzählen? Das French Quarter in New Orleans, auch Vieux Carré genannt, ist das älteste und bekannteste Viertel der Stadt. Es wurde 1718 von den Franzosen gegründet und war ursprünglich der zentrale Bezirk der Stadt. Die Architektur des Viertels spiegelt die französische und spanische Kolonialgeschichte wieder, mit vielen gut erhaltenen Gebäuden aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Das French Quarter ist bekannt für seine lebhafte Kultur, Musik, Küche und natürlich den berühmten Mardi Gras. Das war schon mal erstmal eine super Einführung. Es stimmt auch alles. Es stimmt und ihr merkt, das ist natürlich ein bisschen wie so eine Audiotour, die man vielleicht aus einem Museum kennt oder die man auch ja für Städte durchaus kennt, aber die man bis dato statisch runterladen musste. In den allermeisten Fällen vielleicht auch per QR-Code, aber es ist statisch aufgenommen. Es hat also keine Personalisierung beispielsweise, diese Programme. Und wir konnten einfach fragen, was wir wollen. Und es kamen ganz viele Follow-up-Fragen natürlich auf, beispielsweise in diesem Fall. Sie hat zuletzt gesagt, es ist eine Stadt, die auch für Mardi Gras bekannt ist. Mardi Gras, auch bekannt als Fat Tuesday, ist ein berühmtes Festival, das hauptsächlich in New Orleans gefeiert wird. Es findet am Tag vor Aschermittwoch statt und markiert das Ende der Karnevalszeit, die am Dreikönigstag, 6. Januar, beginnt. Das Fest ist bekannt für seine farbenfrohen Paraden, aufwendigen Kostüme, Maskenbälle und die berühmten Mardi Gras Perlenketten, die von den Paraden geworfen werden. Die Feierlichkeiten umfassen Musik, Tanz und reichlich Essen und Trinken. Historisch gesehen ist Mardi Gras eine Zeit, in der die Menschen vor Beginn der Fastenzeit noch einmal ausgiebig feiern und genießen. Zumindest interessant, Mardi Gras ist wirklich ein unfassbar farbenfrohes, tolles und einfach reiches Fest und ist trotzdem in ganz vielen Diskussionen eigentlich nicht so mit dem Karneval verbunden, wie der Karneval in Rio oder so, das ja schon ist. Aber super interessant, auch ein unfassbarer kultureller Schmelztiegel. Und man sieht auch so Relikte von Mardi Gras eigentlich das ganze Jahr über in Nuorins an den Häusern hängen, an den Balkonen zum Beispiel. Nämlich diese Perlenketten, von denen Ingeborg eben gesprochen hat, die sogenannten Beats. Die hängen auch draußen an Balkonen, die hängen in Bäumen vor Häusern, in rauen Mengen, weil manche Familien, manche Menschen das auch fürs ganze Jahr gerne als Erinnerung an das Fest im Umfeld haben. Und jetzt vielleicht eine Meta-Anmerkung, das hat man bei der Antwort gerade total schön gehört. Also Ingeborg hat ja erstmal, obwohl sie natürlich Deutsch spricht, einen leicht englischen Akzent oder ich würde sagen wahrscheinlich eher amerikanischen, aber sie hat auf jeden Fall in ihrer Aussprache manchmal so Momente, so Dreher, die sich fast eben nicht deutsch-muttersprachlich anhören. Ganz interessant auch, dass sie New Orleans sagt, denn wir hatten auch mit ihr eine lange Unterhaltung darüber, ob man nun New Orleans oder New Orleans sagt, weil viele Deutsche New Orleans sagen oder Nicht-Amerikaner denken oft, die Stadt hieße New Orleans. Wenn man aber den Locals dort zuhört, dann sagen die fast alle New Orleans oder sogar New Orleans, also fast in einem übergehend oder Nola, das ist die Abkürzung der Stadt. Und dann hat sie also erklärt, wo das alles herkommt und warum, aber dass sie sozusagen die deutsche Variante, natürlich auf Englisch ausgesprochen, aber die leicht den deutschen Einschlag hier behält, trotzdem noch einen Dialekt hat, das ist ja auf ganz vielen Ebenen, linguistisch und kulturell total interessant, dass diese trainierte KI hier uns, ich finde, auf sehr menschliche Art und Weise, wenn man so ihren Duktus und die Tonart mal anhört oder die Tonalität vor allem, dann ist das erstmal sehr, sehr beeindruckend menschlich und dennoch haben wir so Trainingsmomente, die man dort raushören kann. Absolut, weil auch viel mehr englische Sprache natürlich verwendet worden ist und dann auch sozusagen eben akzenthafte deutsche Sprache aus bestimmten Produktionen und so, das kann man alles raushören. Ich finde auch manchmal lustig, dass diese Tools ja manchmal einen unabsichtlichen Humor an den Tag legen, weil ich erinnere mich, dass wir an einer Ecke standen und es ging um irgendwas Ernstes. Ich glaube, es ging um den großen Friedhof, der auch sehr beeindruckend ist in New Orleans. Und dann zählte Ingeborg diese ganzen historischen Fakten auf und erklärte, was das ist. Und wir hatten auch gefragt, was kann man hier sonst noch so machen? Und dann zählte sie auf und zählte sie auf und auf einmal sagte sie und viertens Activities! Und betonte das total anders, so als ob sie uns wach machen wollte oder so. Und wir haben unheimlich lachen müssen, weil das war, glaube ich, einfach ein gewisser Wi-Fi-Glitch oder was auch immer für ein Glitch. Aber es war jedenfalls wahnsinnig lustig eigentlich aus der Situation. Und bei einer Aufzählung der Antwort hat sie auf einmal die Aufzählung auf holländisch gemacht. Das war auch lustig. Sie war also mitten in einer deutschen Antwort und fing dann irgendwie, also ich nehme an, das ist holländisch, aber sie fing auf jeden Fall mit Eins, zwei, drei so ungefähr an. Also super lustig. Von daher ist es auch aus einer technokulturellen Perspektive wirklich sehr spannend. Und wirklich auch educational. Wir haben sehr viel gelernt. Wir sind auch nicht nur durch das French Quarter gegangen, sondern auch durch ein ganz besonderes Viertel. Und das ist das Viertel Tremey. Dafür ist New Orleans sehr bekannt. Es gibt sogar eine wirklich tolle Serie, die wir beide vor Jahren, schon vor 15 Jahren, glaube ich, ist hier rausgekommen, gesehen haben. Und als wir durch diese Nachbarschaft gelaufen sind, haben wir Ingeborg wiederum gefragt. Jetzt sind wir hier in Tremey. Was kannst du uns denn über Tremey und vor allem die berühmten Second Lines erzählen? Das Viertel Tremey ist eines der kulturell reichsten und historisch bedeutendsten Viertel von New Orleans. Hier einige interessante Aspekte über Tremey. Tremey ist eines der ältesten Viertel der Stadt und wurde im frühen 19. Jahrhundert von Claude Tremey, einem französischen Einwanderer, entwickelt. Es wurde schnell zu einem bedeutenden Zentrum für freie, schwarze und entlassene Sklaven. Tremey ist berühmt für seinen Einfluss auf die Entwicklung des Jazz. Es ist die Heimat vieler Musiker und Künstler und das Erbe der Musik ist in den Straßen und Veranstaltungsorten des Viertels allgegenwärtig. Congo Square, ein zentraler Ort im Louis Armstrong Park, der im Tremey-Viertel liegt. Hier versammelten sich versklavte Afrikaner an ihren freien Tagen, um zu tanzen, zu musizieren und kulturelle Traditionen zu pflegen. Dieser Platz spielte eine entscheidende Rolle in der Entstehung der afroamerikanischen Musik, insbesondere des Jazz. Second Line Paraden – eine Tradition, die in Tremey lebendig ist. Diese Paraden, die oft von Brassbands angeführt werden, sind ein Ausdruck der Gemeinschaft und der kulturellen Identität. Sie sind bekannt für ihre ausgelassene Stimmung und die Teilnahme der gesamten Gemeinde. Ja, und ausgelassene Stimmung, wo kommt man auch, wenn man Ingeborg dabei zuhört, wie sie Dinge betont? New Orleans, New Orleans, Paraden, Parades, Paraden. Paraden, klar, Second Lines Paraden. Da hört ihr, was wir gerade meinten. Sie hätte es natürlich auf Englisch Second Line Parades sagen können, aber mitten im deutschen Text sagt sie dann Second Line Paraden. Also herrlich. Das sind alles Glitches. Und der Congo Square, den sie erwähnt hat, ist wirklich ein bemerkenswerter Platz, wo auch heute manchmal am Wochenende noch so Zusammenkünfte mit Musik stattfinden. Natürlich nicht mehr, Gott sei Dank nicht mehr mit Sklaven. Das ist lange vorbei, aber das ist halt eine Geschichte, die wirklich auch New Orleans ausmacht. Und dieser Platz ist immer noch sehr bedeutsam. Und Louis Armstrong als einer der großen Jazzmusiker, auch Erfinder des Jazz, Trompete hat er gespielt, ist eben auch in einer großen Figur auf diesem Congo Square und in diesem Louis Armstrong Park, der rund um den Square sich durch die Stadt zieht, verewigt. Aber wir wollten eigentlich nochmal einmal kurz natürlich auch über die Musik reden. Du hast von der Fernsehserie Tremé geredet, die wir beide gesehen haben, wo es um verschiedene Familien und Persönlichkeiten geht, die in dem Viertel leben. Und es geht eigentlich nur um Musik, ganz viel um Musik. Und diese Second Line Musik, die da entstanden ist, ist wirklich ganz schön, weil da läuft jemand vorweg und fängt an. Und dann reihen sich eben alle möglichen anderen Menschen einfach rein, Second Line und begleiten die Führungsperson musikalisch, aber auch im Laufen und dann zieht man so durch die Stadt. Und wir hören mal einmal ganz kurz rein, wie sich diese Musik anhört. Ja, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine Menschenmenge mit dieser Musik an einem vorbeizieht, dann hat man sofort Lust, zur Posaune zu greifen, so geht es mir jedenfalls, und mitzumachen oder zumindest mitzugehen und mitzutanzen. Und das erlebt man in New Orleans auch relativ häufig. Ich habe einige amerikanische Freunde und Freundinnen, die zu ihrer Hochzeit eine Second Line hatten. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass da niemand auf dem Stuhl sitzen bleibt, weil man sofort sehr gute Laune bekommt. Jetzt ist ein Punkt bei dieser Art von KI-Nutzung natürlich ganz wichtig. Dafür wollen wir hier natürlich auch Platz finden, mal einmal darüber zu sprechen, dass gerade bei diesen Antworten, wo es um Fakten geht, ein großes Problem immer noch in der Community herrscht oder in diesem Feld der generativen KI und das sind die Falschinformationen. Wir haben natürlich uns die Mühe gemacht, auch alles zu prüfen. Das ist auch sehr wichtig, denn es gab einige Situationen und Fälle jetzt kürzlich auch, wo die Falschinformationen, die Halluzinationen durch diese Systeme auch durchaus wirklich nicht nur bemerkenswert, sondern auch richtig gefährlich waren. So veröffentlichte beispielsweise ein Nutzer kürzlich die Empfehlung, die er über die neue KI-Übersicht von Google bekommen hatte, den Käse auf seiner Pizza doch mit nicht giftigem Klebstoff zu befestigen. Und bei anderen behauptete die Suchmaschine in den KI-Antworten laut Screenshots zum Beispiel, dass Hunde in der Basketball-Liga NBA und der Football-Liga NFL gespielt hätten. Und dass Barack Obama der erste muslimische Präsident der USA gewesen sei. Also wir sehen, das Problem hat natürlich nicht nur Google, aber die sind damit jetzt durch die Schlagzeilen gegangen. All diese KI-Tools haben durchaus in der Generierung von Fakten noch große Schwierigkeiten. Wir haben bei unserer kleinen Stadttour diese Erfahrung nicht gemacht. Die Fakten waren, wie du schon gesagt hast, tatsächlich korrekt. Aber eine gewisse Vorsicht, wenn man irgendwas wissen will, was man weiter benutzen möchte oder gar publizieren möchte, sollte man vorsichtig sein. Aber unserer Erfahrung nach war das eine interessante Anwendung, weil sie erlaubt aufgrund von Ingeborg oder für alle JGBT offenen Auges durch die Stadt zu laufen. Man muss nie irgendwo lesen, reingucken und man kann das alles anschauen und lässt sich einfach akustisch erläutern, durch welches Viertel man gerade läuft und was man kultureller alles sehen kann. Das war irgendwie eine schöne Anwendung, die wir gerne mit euch teilen wollten. Im März diesen Jahres sind wir alle einer großen Attacke entgangen und wir haben wahrscheinlich kaum davon gehört. Wir sind sozusagen am Ende des Internets vorbeigeschrappt. Und zwar durch einen Cyberangriff. Einem Cyberangriff von so einem atemberaubenden Ausmaß, dass man wirklich sagen kann, da waren einige der wichtigsten Computer der Welt im Zentrum und es sollte wirklich zu einem Systemfehler führen. Und das waren alles Computer, die das Internet antreiben, Computer, die von Banken und Fluggesellschaften und sogar vom Militär verwendet werden. Wie konnte es dazu kommen? Was ist hier eigentlich passiert? Und was haben denn all diese Computer gemeinsam, dass sie so verletzlich oder so offen für dieses Risiko waren? Sie alle basieren auf Open Source Software. Jetzt fangen wir mal kurz nochmal mit einem kleinen Rückblick an. Was war denn eigentlich geschehen? Ende März dieses Jahres hat ein Entwickler bemerkt, dass sich manche Programme etwas ungewöhnlich verhalten haben auf seinem Computer. Und dass die auch sehr viel mehr Energie verbraucht haben als sonst üblich. Und dann wurde er stutzig und hat angefangen, das zu untersuchen und hat eben diesen Hack von wirklich epischem Ausmaß entdeckt. Und dieser Hack bezog sich oder betraf eine für uns, für die meisten von uns wahrscheinlich gar nicht präsente, aber sehr wichtige Bibliothek im Internet namens XZ. Mit Bibliothek meinen wir natürlich für all die Coderinnen und Coder eine Library. Das ist der Grund, warum dieser ganze Hack auch der XZ-Hack genannt wird. Und dieser Angriff, der war technisch wirklich ausgefeilt, aber was vielleicht noch viel bemerkenswerter ist, er war vor allem auch wirklich sozial gut durchdacht. Da war ein ganzes System dahinter, wie es zu diesem Hack kommen sollte. Denn die Angreifer nutzten über einen sehr langen Zeitraum, über Monate hinweg, die Macht eines Open Source Betreuers aus, um langsam aber stetig dessen Vertrauen zu gewinnen und dann die Sicherheitsmechanismen komplett zu untergraben, die er zuvor selber eingerichtet hatte. Und damit sind die Hacker eigentlich rangekommen an alle Unix-ähnlichen Systeme, auch alle Linux-Systeme. Und die sind schon relativ weit verbreitet, denn XZ, diese Library, diese Bibliothek, ist eigentlich ein Tool, das eine Form von verlustfreier Datenkompression möglich macht. Mehr muss man dazu jetzt vielleicht auch nicht wissen, aber das ist genau das, was eben in ganz vielen Open Source Software Elementen enthalten ist. Und deshalb ist diese Verbreitung so riesig gewesen. Schauen wir uns jetzt vielleicht zum Hintergrund nochmal einmal an, warum es gerade bei Open Source Modellen zu so einem Risiko und zu so einem möglichen Hack überhaupt kommen kann. Wir haben auch hier im Podcast schon mal über die Open Source Bewegung gesprochen. Die ist in den 1970er Jahren gestartet. Die Grundidee ist, dass Software gemeinschaftlich entwickelt wird. Und ganz wichtig, der Quellcode für jeder Mann, jede Frau zur Einsicht und zur Nutzung, zur Änderung und vor allem auch zur Weiterentwicklung zur Verfügung gestellt wird. Und die Idee hinter diesem Modell ist natürlich, dass die Beteiligung und die Beiträge der Gemeinschaft, also von vielen Individuen, dazu führen, dass das Endprodukt besser wird. Dass Open Source Software gemeinschaftlich entwickelt wird und damit besser wird und Fehler beispielsweise ausgemerzt werden können. Absolut. Das ist übrigens ja auch eine Diskussion, die wir jetzt wieder bei den Large Language Models, bei den großen Sprachmodellen haben. Das Meta-Modell Lama, also das Modell von Metaformally Facebook, beruht auf Open Source. Und die Argumentation von Meta ist eben auch, sie wollen das so machen, damit gemeinschaftlich das weiterentwickelt wird. Daran gibt es viel Kritik, wie es in der Szene immer viel Diskussion um alles gibt. Aber faktisch ist Open Source ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer heutigen Softwarelandschaft und ein ganz wesentlicher Bestandteil auch der Software, die das Internet antreibt. Und das bedeutet eben, dass auch natürlich eine gewisse Philosophie dahinter steht. Du hast über die gemeinschaftliche Weiterentwicklung oder Source-Code-Entwicklung gesprochen. Und das ist etwas, was das Internet zu dem macht, was viele ja auch schätzen, dass es eine demokratische Plattform sein soll. Wir wissen an vielen Stellen, stimmt das nicht mehr, aber das macht Open Source ebenso wichtig. Und die ganze Bewegung stützt sich damit natürlich auch auf Freiwillige, zentral eigentlich auf Freiwillige, die eben bereit sind, ihre Zeit ohne Geld dafür oder auch andere Kompensationen dafür aufzuwenden, um Code besser zu machen, um zu dieser Bewegung beizutragen. Und das, dieser Punkt, das ist ein ganz wichtiger für den XZ-Hack. Denn auch hier kam es dazu, dass sich scheinbar ein Freiwilliger meldete, der sagte, hey, ich habe eine Idee und ich würde hier gerne an der XZ-Software etwas verbessern. Ich möchte da eine gewisse Aktualisierung vornehmen und lasst mich doch mal hier ran. Und das hat er dann auch gemacht und hat das dann in einer E-Mail an einen leitenden Ingenieur bei der Softwarefirma Red Hat auch gesendet, hat gesagt, ich habe hier was Tolles und ich habe hier eine super Aktualisierung, willst du das nicht mal ausprobieren? Und Jones hat dann gesagt, also der leitende Ingenieur der Softwarefirma, also von Red Hat, hat dann gesagt, ja, lass uns das mal machen, ich implementiere das und hat den aktualisierten Code eben sozusagen eingesetzt. Und dann hat er gemerkt, dass plötzlich ganz seltsame Fehlermeldungen kamen. Nun muss man sagen, das ist nicht ungewöhnlich. Gerade bei Open Source Software Entwicklung passiert das durchaus häufiger und dann geht die Community ran und macht dann wieder Verbesserungen und dann wird der Fehler eben behoben. Und so wirkte es hier auch, sodass man das Gefühl hatte, das ist ein normaler Prozess. Aber ganz so normal war der Prozess eben nicht. Denn nicht nur, dass sich dieser Freiwillige, der sich damals GR10 nannte, gemeldet hatte, sondern das Hacker-Netzwerk hat auch ganz viele verschiedene Nachrichten gesandt, die scheinbar Beschwerden waren, Beschwerden über diese XE-Software. Es wurde also über Monate hinweg immer mehr Druck aufgebaut, dass doch sich jetzt alle mal bitte um diese wirklich sehr fehlerhafte XE-Software kümmern sollten. Bis hin zum Vorschlag, dass doch GR10 sich komplett darum kümmern sollte. Was zeigt, dass das ein lang geplanter, strategisch geplanter Angriff war und dass es natürlich kein Einzelner war, GR10, sondern dass das eine Hacker-Gruppe war, die das geplant und dann eben auch umgesetzt hat. Und im Prinzip nahm dann also GR10 mittlerweile, wird davon ausgegangen, dass, wie du gerade sagtest, da ganz viele Menschen dahinter stehen und auch all die Nachrichten, die Beschwerdenachrichten von diesen angeblichen Open-Source-Nutzenden, dass die im Prinzip alle vom gleichen Netzwerk versandt worden sind. Und GR10 nahm im Laufe der Zeit dann ganz viele kleine Änderungen an dieser Software vor, um es faktisch in ein trojanisches Pferd zu verwandeln. Denn sie öffneten sich damit kleine Hintertüren zu all diesen doch sehr wichtigen Software-Programmen, die sich auf diese Library verlassen müssen, die sie also nutzen. Denn die XE-Library ist, du hast es eingangs gesagt, in ganz, ganz vielen zentralen Internetnutzungen drin als Komprimierungssoftware. Und Gott sei Dank ist das dann irgendwann einem Microsoft-Ingenieur aufgefallen. Und um die Geschichte eben ein wenig abzukürzen, dieser Microsoft-Ingenieur hat dann diesen Hack verfolgt und hat versucht herauszufinden mit der Hilfe anderer, was hier eigentlich vor sich geht und hat dann realisiert, dass es alles auf XE zurückzuführen ist und vor allem auf diese Änderungen der letzten Monate. Und nur so konnte also ein riesiges Lack, ein riesiger Hack in wirklich wichtigen Software-Programmen verhindert werden. Das war, so kann man das sagen, so wird es auch in den Medien, in der Experten-Szene diskutiert, das war die beinahe Kernschmelze in der weltweiten Open-Source-Infrastruktur. Wäre dieser Hack also unentdeckt geblieben, hätte nicht ein Einzelner, der Kollege bei Microsoft, das rausgefunden und Alarm geschlagen, dann hätte dieser Hack Zugang zu zahlreichen kritischen Systemen geschaffen und das hätte es den Hackern ermöglicht, Daten zu stehlen, Geld zu stehlen oder auch erhebliche Störungen zu verursachen und quasi das Internet lahmzulegen. Und so ist es auch diskutiert worden, was natürlich bedeutet, wir sehen da wieder, was für eine fragile Infrastruktur wir haben, die mit der Zeit über Jahrzehnte gewachsen ist, wo es niemanden gibt, der zentral administriert und schaut, funktioniert das alles und wo man darauf angewiesen ist, dass die Vernetzungsstruktur, die hochkomplizierte Vernetzungsstruktur des Internet irgendwie schon funktionieren wird und manchmal kann das ganz schön schief gehen. Und es gibt ja auch andere Beispiele dafür, dass dann oft wirklich der Mut einer oder eines Einzelnen sich einem solchen Hack entgegenzustellen zählt und dass das dann sozusagen das einzige Schutzschild ist, was wir noch haben. Ich erinnere nur an den WannaCry-Kryptowurm, der Angriff im Jahr 2017, der auch eine gewisse Schwachstelle in diesem Fall jetzt im Server-Message-Blog von Microsoft Windows damals nutzte und sich wahnsinnig schnell verbreitete von seinem ursprünglichen Einschleusungsort, der vermutlich in Nordkorea lag. Und von da aus ist er dann innerhalb eines Tages auf über 230.000 Computer in 150 Ländern gewandert. Das war auch ein Riesenrisiko. Und es war ein Erpressungsversuch. Das haben wir ja sowieso häufiger bei den ganzen Cyber-Angriffen, dass es im Grunde darum geht, dass eben Geld erpresst werden soll oder ganz oft auch Bitcoins, also Kryptowährung erpresst werden soll. Und das war hier auch so, denn die Computer, die von WannaCry infiziert worden waren, waren dann für die Benutzung gesperrt und wurden nur wieder entsperrt, wenn die Benutzerinnen und Benutzer eine bestimmte Menge an Bitcoin überwiesen hatten. Und es war auch ein Einzelner, der das gemacht hat, nämlich Marcus Hutchins, ein britischer Computersicherheitsforscher, der in seinem Urlaub im Mai 2017 plötzlich darauf aufmerksam geworden war, dass da irgendwas nicht stimmt. Und der hat dann im Grunde aus dem Schlafzimmer seiner Ferienwohnung sozusagen mit dem Reverse Engineering des Codes begonnen und hat dann diese Malware quasi entschlüsselt und hat dann helfen können, das Ding zu stoppen. Wir sehen, wir leben in einer vernetzten, damit zum Teil dezentralisierten Welt, die durch die Möglichkeiten an ganz vielen einzelnen Knotenpunkten zugreifen zu können, und zwar nicht nur durch die guten Charaktere, sondern auch durch die schlechten Charaktere, sehr volatil ist, sehr verletzlich ist. Und das ist ein Beispiel dieser Ex-Z-Hack, wo es fast zu Ende gewesen wäre mit dem Internet. Wer hätte gedacht, dass eine Bibliothek so eine große Rolle im virtuellen Raum spielen könnte? Miriam, du beschäftigst dich seit Jahrzehnten mit Kommunikation, mit Worten, mit Semantik. Wie würdest du Sarkasmus definieren? So ähnlich wie Ironie, nur ein bisschen bösartiger und noch zynischer. Erkennst du den oft? Also ich erkenne oft, wenn Menschen so eine Haltung an den Tag legen, inklusive meiner selbst. Nicht, dass das oft vorkäme, aber manchmal schon. Und dann erkenne ich, dass da was los ist. Wenn ich jetzt unterscheiden sollte, ob die was Zynisches oder Sarkastisches sagen, hätte ich, glaube ich, Schwierigkeiten. Da kann dir natürlich eine KI helfen. Nein, eine Sarkasmus-KI gibt es jetzt auch. Es ist ein Sarkasmus-Detektor entwickelt worden. Und zwar... Du hast jetzt all meine Podcast-Anmerkungen da durchlaufen lassen. Ganz genau. Schlechtes Ergebnis. Total Update. Heute war ich nur sarkastisch mit dir und du hast es nicht gemerkt. Nein, es handelt sich hier um ein Sprachtechnologielabor der Universität Horningen in den Niederlanden. Und die haben kürzlich veröffentlicht einen KI-gesteuerten Sarkasmus-Detektor. Entry-dry. Entry-dry. Activities. Ich finde es super, wenn dieser KI-Detektor rufen würde, Sarkasm. Oh, jedes Mal. Wäre das nicht gut. Wäre sehr laut in der Welt. Wir möchten euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ermutigen, das einfach mal in einem Business-Meeting zu machen, wenn ihr das Gefühl habt, da war was gerade zu sarkastisch. Einfach mal laut Sarkasm schreien. Ich glaube, das tut dieser KI-Detektor leider nicht. Könnten wir aber mal den Honigerinnen auch vorschlagen. Bei diesem Projekt ging es aber nicht nur darum, den Algorithmus also beizubringen, dass selbst die überschwänglichsten Kommentare manchmal ja nicht wortwörtlich genommen werden sollten, sondern es ging auch darum, zu zeigen, wie oft Sarkasmus sich eigentlich in unserer Sprache wiederfindet. Also sie wollten auch so ein linguistisches Argument damit machen, denn tatsächlich ist zumindest ja sehr viel so zwischen den Zeilen zu lesen. Ich habe ja gar keinen Hunger. Näh. So, ne? Ne, ganz genau. Es war schon fast passiv-aggressiv, aber... Entschuldige, ich habe ein bisschen übertrieben, ja. Sarkasm! Kennst du die Serie Big Bang Theory? Ne. Wow. Das ist eine sehr bekannte Serie im US-Fernsehen. Eventuell sogar, ich begebe mich jetzt auf zünnes Eis, aber es könnte sogar die meistgesehene Serie... Sie hat auf jeden Fall 17.000 und Rolf Emmys gewonnen. Hör mal, ich hänge gerade in der vierten Staffel von Yellowstone. Ich habe keine Chance, jetzt noch andere Serien zu gucken. Na klar. Nun gut, also Big Bang. Da geht es um eine Gruppe, eine Wohngemeinschaft von, sagen wir mal, sehr, sehr intellektuell fortgeschrittenen, aber interpersonell eher zurückgebliebenen oder, sagen wir mal, unterentwickelten Männern. Es handelt sich um, ich glaube, drei Physiker oder jetzt die harten Big Bang Theory Fans würden mich sofort prügeln dafür. Aber es sind auf jeden Fall drei Nerds mit einer sehr gut aussehenden Nachbarin. Und mit der versuchen sie sich die ganze Zeit auf menschliche Art und Weise irgendwie auszutauschen. Das klappt manchmal nicht so gut. Unter anderem auch, weil sie wenig Sarkasmus verstehen. Und jetzt komme ich zurück zu unserem Algorithmus. Sarkasm! Der wurde nämlich trainiert auf all den Skripten von Big Bang Theory. Ja, deswegen frage ich dich sowas. Jetzt interessiere ich mich für die Serie. Okay. Es ist total herrlich. Also die Gruppe in Groningen hat tatsächlich die Videoclips aus US-Sitcoms, wie unter anderem The Big Bang Theory, genutzt. Auch übrigens Friends, ja auch eine riesige Serie in den USA und auch auf der ganzen Welt. Und diese Datenbank wurde also zusammengestellt, um dem Detektor, dem Sarkasm-Detektor, also zu zeigen, wie oft eben interpersonelle Missverständnisse auch durch sowas entstehen. Und die KI war letztendlich in 75 Prozent der Fällen in der Lage, Sarkasmus auch in nicht gekennzeichneten Dialogen aus diesen Sitcoms zu erkennen. Also soll heißen, wo sie wirklich vorher nicht den Kontext hatte, nicht gelabelt sozusagen waren diese Dialoge. Und das finde ich irgendwie wieder einen schönen Spiegel für uns Menschen, einen technologischen Spiegel so vorgehalten zu bekommen, was eigentlich mit unserer Sprache los ist. Oh ja, das ist gut. Damit könnte man wahrscheinlich auch sich trainieren, damit könnte man wahrscheinlich auch trainieren, sich zu entsarkasmufizieren. Sarkasmumifizieren. Sarkasmumifizieren. Das ist, glaube ich, ein Neologismus und mit dem enden wir jetzt hier und wünschen euch eine ganz menschliche Woche. Hoffentlich ohne, dass das gesamte Internet zerbricht. Und ohne Sarkasmus und Zynismus. Sarkasmumifizieren. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Schiff klappen. Schiff klappen.